Bitte lieber Gott Da muss doch jemanden klappen, bitte Oh, ein Crit Ist das pervers, ey Ich kann nur mit Crits jetzt hier Schaden machen Oh, es tut mir so leid, Leute Wow Wow Ey, das tut mir gerade so leid Oh mein Gott, ey Oh mein Gott, ey Ich ziehe das letzte Spiel in der Länge mit sowas Es tut mir leid Und die Critten einfach anders, ey Ich bekomme eine Krise hier, ey Oh mein Gott Danke Da wird ja mit der Song gehen Bitte ein Crit Fuck Fuck Yo, yo Bitte Mach ein Crit Was das denn für ein Assi-Teil, ey Hallo Ich hab einen fucking Protest drauf Will mich hier verarschen Die Arschen Bitte jetzt Kein Miss Ferien töten Danke Was ist das denn Wieso Um Himmels Willen Macht das so viel Schaden auf einmal Gipferien noch mal Gipferien noch mal Proteste Pervers Er hat halt eine höhere Crit-Chance Oh Gott Was ist das denn für ein Assi-Teil Er macht aber jetzt Einer und Vierer Schaden hier Ja Ja, wenigstens mag Vierer Dann jetzt Er leid dann null Schaden, ey Danke Crit Also Gamebreaker Will es in kein RPG Maker Game sehen Weil solche Games sind einfach Kacke Wow Pervers Das ist einfach nur Assi Das ist einfach nur asozial Ich kotze glaube ich Jetzt Mega Ach du Kacke Wisst ihr was mir aufgefallen ist Leute Ich habe kein Beamer Zum rausgehen hier Und ich meine Keine MP halt dafür mehr Nein Nein Ach bitte Nichts Leute Nein Wie viel Life hast du Landkröte Wie viel hast du Oh mein Gott, ey Und ich habe nur einen Typ Der angreift Das heißt Ich muss abhauen Die ganze Zeit Jetzt haben wir keine Phönix Feder mehr, ne Ha Nein Und tot ist das Teil auch nicht Wow Ist das asozial Wow Ey Was ist das Warte mal Ja Ich kann mich ja ausrüsten Ja Versuch anzugreifen Es kommt die ganze Müß Auch mit denen Weil sie nichts machen können Die Lappen Ich bekomme die Mega Krise Bitte schon eine Potion Alter Das ist das schlimmste Gerade für mich Ever Wow Geh doch down Landkröte Was bist du Was ist das für ein Chuck Norris Hier Und ich habe keine MP mehr gleich für den Beam Ich kann mich nicht mehr aus dem Dungeon rausporten Das heißt Ich muss gleich Den Dungeon Vollkommen zurückgehen Plus Nochmal auf der World Map Dahin zu rasen Nein Kritter doch nicht Du scheiß Teil Boah ist das assi Boah ist das asozial Boah ist das 1945 Äh 1940 Boah Boah ist das assi Wow Tut mir leid Da muss ich einfach Sorry Ist hier mega billiger LPA Ist mir jetzt scheißegal Ähm Tut mir leid Das tut mir so ein bisschen weh Mach den Ton aus Ne Ne sorry Nein Nein Es ist so mega kacke Ey Wow Ist das kacke Wow Sorry Ist grad für den Ton Ey Sorry Ich bin erst am verzweifeln Ich wollte irgendwie mit Speed Aber nein Ich mach nicht mal mit Speed Sorry Ich hab mich in der selben Sekunde gedacht Wieso machst du das Manuel Nein du machst sowas nicht Du bist nicht so ein Lappen Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott ey Das gibt's doch nicht Danke 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 Leute Jetzt muss ich mich erst mal erholen Boah Boah war das 1940 da Boah Haut rein Leute Sorry Kein Bock mehr Bis zum nächsten Mal Wow Boah 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 Vielen Dank.